Fabian Heinle im Weitsprung und Christina Schwanitz im Kugelstoßen haben am Mittwochabend bei der EM in Berlin die Silbermedaille gewonnen. Im Diskuswerfen kam Robert Harting zum Abschied auf Rang 6. In einem Finalkrimi mit reichlich Verwirrung hat Weitspringer Fabian Heinle vom VfB Stuttgart bei der Leichtathletik EM überraschend die Silbermedaille gewonnen. Der 24-Jährige kam am Mittwochabend im Berliner Olympiastadion zweimal auf die persönliche Saisonbestleistung von 8,13 Metern Punkt wegen eines möglichen Fehlers in der Messung des vierten Versuchs von Heinle legte der Deutsche Leichtathletikverband zu dem Protest ein. Die bislang letzte deutsche EM-Medaille im Weitsprung hatte Europameister Sebastian Bayer 2012 geholt.Gold sicherte sich nun der Grieche Mildiades Tentoglu mit 8,25 Metern. Sergej Naikiforov aus der Ukraine kam wie Heinle auf 8,13 Meter, brachte aber einen schlechteren zweiten Versuch in die Wertung ein und gewann damit Bronze. Erst im letzten Sprung sprang Heinle erneut seine Topweite und schob sich damit wieder am Ukrainer Vorbeipunkt in dem turbulenten Wettkampf beklagten mehrere Springer angeblich falsche Weitenmessungen. Am späten Abend wurde dem eingelegten Protest des deutschen Teams gegen die Wertung von Heinles vierten Versuch wegen der offenbar falschen Weitenmessung schließlich stattgegeben. Der Sprung wurde noch einmal vermessen, aber an Heinles Platzierung änderte sich zunächst nichts. Auch andere Nationen legten Proteste nach dem chaotischen Wettkampf ein. Auch bei anderen Sprüngen hatte es im Finale lange Diskussionen zwischen den Athleten und den Kampfrichtern gegeben. Punkt bislang hatte der deutsche Meister Heinle als bestes Resultat bei internationalen Wettkämpfen einen sechsten Platz bei der EM vor zwei Jahren in Amsterdam erreicht. Letztes Mal war ich sechster, dieses Mal will ich besser sein, sagte der Junioren-Europameister von 2015 vor dem Wettkampf den Stuttgarter Nachrichten zu seinen Zielen, und hielt Wort. Schon in der Qualifikation hatte Heinle sein Potenzial angedeutet und als einer von nur zwei Athleten mit 8,02 Metern die geforderte Qualifikationsweite von 8 Metern übertroffen. Im Wettkampf schraubte er seine Saison-Bestleistung von bislang 8,04 Metern nach oben Punkt bei der WM 2015 und Olympia 2016 hatte der gelernte Mechatron Iker jeweils mit Weiten von unter 8 Metern noch knapp das Finale der besten 8 verpasst. Anschließend wurde er von Rückenproblemen immer wieder zurückgeworfen, ist inzwischen aber schmerzfrei. Wenn Fabian fit bleibt, dann kann es noch sehr viel weitergehen, sagte sein Heimtrainer Tomasz Kis. Als Vorbild gibt Heinle den britischen Allesgewinner Greg Rutherford an, der Gold sowohl bei Olympia, der Weltmeisterschaft und zwei Europameisterschaften holte. Mit seinem überraschenden EM-Silberkuh hat er nun zumindest den ersten Mini-Schritt in die Fußstapfen seines großen Adults geschafft. Christina Schwanitz hat den dritten Titelgewinn in Serie im Kugelstoßen bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin verpasst. Mit 19,19 Metern musste sich die 32-jährige Chemnitzerin im Finale am Mittwoch Paulina Guba aus Polen geschlagen geben.Guba übertraf Schwanitz mit 19,33 Metern im letzten Versuch. Dritte wurde die Weißrussin Una Dubitskaya mit 18,88 Metern.Sara Gambetta aus Halle landete mit 18,09 Metern auf Rang 5. Die Weite war doof, sagte Schwanitz zu ihrer eigenen Leistung und hatte Tränen der Enttäuschung in den Augen. Dabei hatte die 32 Jahre alte Favoritin vom LV90 Erzgebirge nach den deutschen Meisterschaften einen Autounfall und einen großen Schock erlitten. Diskuswurf Olympiasieger Robert Harting hat seine letzte internationale Meisterschaft im Berliner Olympiastadion mit einem achtbaren sechsten Platz beendet. Mehr als 37.000 Zuschauer feierten den 33 Jahren alten Berliner am Mittwochabend bei der Leichtathletik-EM dennoch fast wie vor neun Jahre nach seinem WM-Triumph an gleicher Stelle. Mit seinen 64,33 Metern lag Harting zwischendurch sogar auf Silberkurs.Europameister wurde der Litauer Andrius Gutzius mit 68,46 Metern. Silber holte sich der Schwede Daniel Stahl, 68,23 Meter, vor dem Österreicher Lukas Weisheitinger, 65,14. Hartings Bruder Christoph, der 2016 in Rio vier Jahre nach Robert Olympiasieger wurde, war überraschend schon in der Qualifikation gescheitert. Auch der Olympia-Dritte Daniel Jasenski aus Wattenscheid und Titelverteidiger Piotr Maletschau-Ski aus Polen verpassten das Finale.Re starke vierte, Speerwurf-Trio im Finale. Über einen vierten Platz freute sich Lauftalent Alina Reh aus Ulm bei ihrer EM-Premiere über die 10.000. Den EM-Titel gewann Lona Chintay Salpeter, Israel, vor Susan Krummens aus den Niederlanden sowie Meraf Bata aus Schweden, die als dritte knapp zehn Sekunden vor Real über die Ziellinie lief. Das deutsche Superspeerwurf-Trio mit Weltmeister Johannes Vetter, Olympiasieger Thomas Röhler und dem deutschen Meister Andreas Hofmann soll an diesem Donnerstag den deutschen Medaillenreigen fortsetzen. Die drei überstanden die Qualifikation und wollen nun die Podiumsplätze am liebsten unter sich ausmachen.Gold, Silber, Bronze im Speerwerfen der Männer für eine Nation, das gab es bei Europameisterschaften seit der Premiere im Jahr 1934 noch nie. .